Hallo liebe Bierfreunde, Freunde da und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Bier-Suffler. Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Mal kleines Pilzbierchen, ne? Haben wir mal wieder was Neues zu probieren und zwar etwas, was ich mir bestellt hatte. Ne? Erinnern wir uns, war ein bisschen was gewesen, war 2019, hat mich eine Kiste erreicht. Ja Freunde, ist noch haltbar bis zum Juni 2020. Will ich aber trotzdem jetzt gerne hier noch in die Woche mit einfügen und zwar Brinkhoffs, das Brinkhoffs Premium Nummer 1 Pilzner aus einer grünen Longneck-Flasche. Bin ich mal gespannt, da steht da drauf F Brinkhoff, so wird da ausgeschrieben, so sieht das auch mit dem F da halt, ne? So ein bisschen so in Schreibschrift. Ja, da wollen wir mal gucken, ob das der Brauer ist. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Ich hoffe, ich habe da nichts verpasst. Sieht zumindest sehr sympathisch aus, hat eine Brauerschürze um und hält ein Glas Bier in der Hand. Also ich glaube, auf jeden Fall sympathisch. Hab das erkannt, da oben ist er. Ne Brinkhoff da. F, wo ist das F? Franz vielleicht oder so? Keine Ahnung. Wie er ausgesprochen, äh, wie er sich nennt. Also steht nur ein F da. Naja, das steht ja hier noch irgendwo drauf. Ja, was auf jeden Fall drauf steht. 5% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hopfenextrakt ist drin. Brauerei Brinkhoff GmbH aus Dortmund. Genau. So, Fritz heißt er übrigens. Fritz Brinkhoff. Ja. Okay, wurde nicht nur im Herzen des Ruhrgebiets geboren. Als Sohn einer Melzerfamilie wurde ihm die Liebe zum Bier in die Wiege gelegt. Und er ist tatsächlich ein Braumeister. Also ein Braumeister, der sich hier veröffentlicht, äh, hier verewigt hat, auch veröffentlicht. Ja, das auch, aber verewigt hat hier auf der Plasche. Das finde ich immer cool. Das hatten wir doch übrigens beim, wo war das gewesen? War das nicht beim Karlsberg tatsächlich auch? Schätze ich mal? Ich weiß gar nicht. Ne, ja, wie dem auch, ich hab ein Bier Durst. Deswegen nicht so viel reden machen, war man erst mal auf hier, würde ich sagen. So, das sieht sehr, sehr spritzig aus anscheinend. Also da kommt erstmal ordentlich was nach oben. So, Brinkhoffs Nummer 1. So schaut die Käppern. Die Kapsel sieht gut aus. Ja, ist schlicht halt, ne? Ist jetzt nichts besonderes, kriegt der Sammler. Entspannungsverdampfung. Kommt raus, sieht gut aus. Grüne Flasche, ich weiß. Greenscreen. Ändern war noch demnächst. Lassen wir mal laufen, was? Guter Sound. Ein bisschen ruppig kommt es reingelaufen, aber ansonsten ist okay. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nix verrücktes, nix spezielles, nix außer gewöhnliches. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Von der Blume her, 1, 2, zwei Finger breite Blume, schneeweiß, wie gesagt, war ein bisschen ruppiger, wie es jetzt hier aus diesem Longneck-Hals rausgeschossen kam. Jetzt nicht sehr gleichmäßig, aber okay. Dadurch hat sich hier natürlich dementsprechend auch ein Blümchen gebildet, was relativ feinporig herkommt, ordentlich kompakt ist und, ja, ein paar Luftbläschen sind drauf, zerplatzen, begrüßen einen, keine Kraterbildung. Ja, geschultes Auge würde sagen, 90 Sekunden Standard wird die Blume da im Glas stehen bleiben. Schaut mal selbst, sieht anständig aus. Also 90 Sekunden kriegen wir hin. Kurz mal schwenken und dann sehen wir auch schon, ja, bleibt doch ein bisschen an der Glaswand haften. Finde ich gut. Von der Farbe her, glänzend filtriert, klassisches Getreidegold, vielleicht ein paar Nuancen, Farbnuancen heller als jetzt so das, was wir gewohnt sind, aber ich würde ganz klar klassisch vom Getreidegold sprechen. Schön glänzend. Blumteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Karbonisierung deutlich vorhanden, perlt gleichmäßig, mittlere Perlung, schaut von der Optik her zumindest erst mal spritzig aus und das Ganze hat auch eine solide Tiefe, sodass ich alles andere sagen würde als den Begriff wässrig, sondern, ja, das geht schon eher auch so ins Saftige mit rein. Ja, Leute, was soll ich sagen, das sieht richtig ansprechend aus, richtig lecker, gebe ich 5 von 5, schrägstrich 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Macht mir Appetit. So, dann wollen wir mal so ein bisschen hier anschnuppern. Gerade eben, als ich die Flasche geöffnet habe, da hat es schon ganz schön geschnuppert. Jetzt wollen wir mal schauen. Wow, Leute, wow. Das ist aber ordentlich grasig, ne? Ja, also da aus der Flasche kommt es auch raus, also das ist schon sehr, sehr grasig. Das ist vom Hopfen ausgehend, Freunde, das ist ein sehr grasiger, floraler Hopfen, der da jetzt gleich hier sich melden wird. Und ich bin überrascht, dass da übrigens auch Hopfenextrakt drin ist, weil das riecht mir tatsächlich eher nach einem... schon eher entwickelten Konzept hier, sage ich mal so, ne? Möchte ich mal betonen. Das ist schon ein bisschen... Also vom Bouquet her würde ich jetzt auch was Hochwertigeren... Von der Einschätzung her, wenn ihr wisst, was ich meine, ja? Ich hoffe, dass ich mich jetzt... Ich kenne es nicht. Ich kenne es erstmalig, es ist eine Premiere. Ich habe mich nicht vorher informiert, ich weiß auch nicht, was da los ist, ob das beliebt ist oder nicht beliebt ist. Ich hatte das einfach nur bestellt. Nur jetzt rein vom Geruch her, das ist immer gut, wenn ich mich vorher nicht vorbereite, weil so kann ich objektiv da rangehen. Und das riecht meines Erachtens vom Bouquet her tatsächlich hochwertig. Also da ist schon ein schöner Hopfen, da merkt man halt, ne? Schon leichte Herbe. Und so muss das bei einem Pilzbier auch sein. Vom Malzkörper her eher ein bisschen dezenter, also von da hat man alles richtig gemacht. Riecht angenehm, macht mir Appetit. So Freunde, mal sehen, wie es schmecken tut. In dem Sinne, ihr Lieben, genau, antrunk jetzt. Auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Wollen wir mal hier. Ja, ach doch. Ich sag mal so, der Antrunk ist auf jeden Fall erstmal geglückt. Ich war gerade noch ein bisschen länger am überlegen, ob ich das jetzt positiv oder negativ einschätzen soll, dass es ein Bier ist, das ganz klar in Richtung Hybrid geht. Also das ist von den Eigenschaften her sowohl dynamisch, wie aber auch gemütlich. Aber ziemlich ausgeprägt. Ja, und ich habe halt bewusst noch ein bisschen länger gewartet, um mal zu warten, bis dieser Nachhalt so ein bisschen abflacht. Bin jetzt allerdings nach reichlich Überlegungen zur Erkenntnis gekommen, dass ich es mag. Ich würde es also positiv einordnen, weil der Nachgeschmack tatsächlich sehr lang anhaltend ist und auch wirklich das, was für ein Pilzbier relevant ist. Nämlich eine schöne Pilzbierherbe im Abgang hinten, schöner Hinterrattungbereich, hier so runter, dass sich dann, wenn sich das mit der Speichelneuproduktion verbindet, wo ich immer sage, dass es da einfach angenehm ist. Und ich musste ein bisschen überlegen, ob ich das jetzt als angenehm empfinde oder eher als nervig. Und ich habe mich entschlossen, es als angenehm zu empfinden. Also es hat mich jetzt nicht gesträubt oder so. Auch wenn ich es im Antrunk, das muss ich dazu sagen, das ist jetzt der negative Aspekt, ein bisschen flach eben fand. Also so die direkte Kontaktaufnahme, die war so ein bisschen abgeschwächt. Flach halt, sehr linear. Und erst nach hinten raus hat sich da eine Menge entwickelt. Deswegen, ja, würde ich doch als positiv und geglückt ansehen, den Antrunk. Also man kann da schon einiges drin entdecken. So, gut, dann müssen wir auf jeden Fall mal Nachtrunk nehmen, ne? Da müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer uns das Ganze anschauen hier. Ich nehme jetzt mal einen kleineren Schluck. Ja, eindeutig. Wir haben es hier mit einem sehr schwach ausgeprägten Malzkörper zu tun, was für ein Pilzbier jetzt nicht untypisch ist. Aber hier kommt er tatsächlich schon sehr, sehr flach daher und tatsächlich auch lieblich. Also er bringt so eine gewisse Lieblichkeit mit, ohne nussig zu sein, ohne extrem nach dem Getreidesilo zu schmecken oder nach nassen Getreide allgemein. Auch diese, ja, Würzkomponente vom Getreide ausgehend ist hier nicht wirklich wahrnehmbar. Er verhält sich eigentlich eher wie bei einem Hellen, sage ich mal so. Ja, so dieser eher mildere, dezentere, eher, ja, ich sag jetzt mal, wenig präsentere Malzkörper. Dann ist eine ziemlich kleine Lücke. Ja, dann hat man so diese Fruchtigkeit, ganz klassisch überreife Apfel, überreife Hirne, wo ich immer sage. Und dann kommt das Feuerwerk, das Genussfeuerwerk in Form von diesen Hopfen, den man da tatsächlich auch schon rausriechen kann. Der bringt eine deutliche Floralität mit, ein schön grasiges Aroma und macht sich relativ stark. Also der ist sehr selbstbewusst, finde ich gut. Muss auch bei einem Pilzbier so sein, das gefällt mir, weil ich mag das, wenn es dann auch hinten so ein bisschen herber zur Sache geht. Und was ich besonders geil finde, ist dann wirklich so dieser Nachhalt. Also jetzt immer noch, wo ich spreche, nach dem letzten Schluck, du hast immer noch dieses Herbe auf der Zunge. Das finde ich richtig gut. Das heißt also, der Fokus bei diesem Bier hier ist ganz klar auf den Hopfen gerichtet. Da gehen die ganzen Rampenlicht, ne, auf die Bühne, da wo der Hopfen ist. Der will sich präsentieren, der ist selbstbewusst, der hat Bock drauf, sich zu zeigen, sich zu erkennen zu geben. Und ja, verdrängt damit natürlich den Malzkörper. Jetzt kann man sagen, naja, aber wäre ja auch lecker, wenn man da so ein bisschen was Getreidiges noch schmecken kann. Gibt ja Paradebeispiele, dass das auch funktionieren kann. Brauchen wir nur nach Baden-Württemberg zu gucken, nicht wahr? Da haben wir ja Pilzbiere, wo genau dieses Betonte von Süddeutschland generell, wo so dieses Betonte vom Malzkörper ja auch bei Pilzbieren vorzufinden ist. Das mag vielleicht den ein oder anderen enttäuschen, dennoch ist es aber nicht verwässert oder gar flach. Es ist halt nur anders. Es ist halt nur, wie sagt man, hebt sich halt ein bisschen ab und da steht auch irgendwas drauf. Und es ist ein bisschen spezieller oder was? Premium. Premium Nummer 1, Pilzner. Also es ist schon ein bisschen was Spezielleres, denke ich mal so, was ich so jetzt so objektiv sagen kann. Zum Beispiel die Kernigkeit. Die Kernigkeit vom Malzkörper, die man bei einem Pilzbier gewohnt ist, die ist hier komplett sekundär. Die ist sehr im Hintergrund halt gehalten. Geht quasi gleich über, stellt euch ein helles vor, was am Ende richtig herbst schmeckt. Bayerisches Helles, ganz klassisch, was am Ende herbst schmeckt. Ja, dann habt das. Vielleicht noch ein bisschen grasiger als normal herbst. Also. Ist okay. Finde ich gut. Kann man machen. Objektiv. Qualität. Topp. Ich glaube, wir sind auch relativ gute Rohstoffe da verwendet worden. Finde ich eigentlich soweit okay. Ja, jetzt riechst du auch raus. Das ist es, was man noch am Anfang rausriecht. So dieses grasige, dieses Florale vom Hopfen ausgeht. Da frage ich mich nur, was hat der Hopfenextrakt da drin zu suchen? Lieber Braumeister, war doch gar nicht nötig. Hättest du doch auch mit dem Hopfen Aromahopfen hinbekommen können. Also, deswegen. Ja, und von der Farbe her ist, wie gesagt, ein bisschen heller. Da ist klar, glaube ich, warum das auch ein bisschen milder tatsächlich im Antrunk daherkommt. Ein bisschen flacher, weil einfach der Maiskörper nicht präsent genug ist. Kommen wir mal zum Subjektiven und damit auch zu meiner Bewertung. Ich finde es gut. Also ich würde es mir auch ein zweites Mal in Einkaufswagen packen. Hat die nötige Süffigkeit, die nötige Spritzigkeit, alles super. Kann man von der Temperatur her und zwischen 6 und 7 Grad trinken. Temperatur ideal, auch im Sommer perfekt. Zisch nützlich so schön weg. Absolut gutes Pilz. Ja, absolut. Was mich ein bisschen stört, ist der fehlende Malzkörper. Den hätte ich gerne noch ein bisschen betonter, noch ein bisschen origineller verpackt, sage ich mal. Dass man da auf der Zunge auch noch so ein bisschen was im weiteren Zungenbereich hat. Gerne auch ein bisschen, ja, würzigen Charakter drin. So kommt die Gesamttextur ein bisschen unvollständig rüber. Pluspunkt, ganz klar, die Hopfung nach hinten raus. Schön herbst, schön süffig, schön vollmundig, schön gehaltvoll. Und vor allen Dingen auch, da kratzt nichts, da beißt nichts. Es läuft runter wie Öl. Und du hast einen extrem, richtig extrem langen, herben Nachgeschmack im Mund. Ja, das ist natürlich auch ein Zeichen, dass es ein leckeres Bier ist. Weil das halt toll ist, wenn dann so. Ja, da freut man sich auf den nächsten Schluck. Ja, finde ich gut. Ich würde es auf jeden Fall ein bisschen über dem Durchschnitt bewerten. Und damit gebe ich hier 4 von 5, Schrägstrich in 6 möglichen Punkten, das ist mir wert. Kann man sich in Einkaufswagen packen. Hier sind vielleicht draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.